Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin. Heute mit dem speziellen Thema, nämlich die Zellentsäuerung mal ganz genau anzuschauen. Wie Sie wissen oder oft auch gehört haben, haben wir ein Problem, dass wir immer mehr in die sogenannte Übersäuerung reinkommen, aus der Übersäuerung heraus auch Krankheiten, Entzündungsprozesse entstehen und wie man da präventiv Massnahmen ergreifen kann, dass es überhaupt nicht so weit kommt. Und was überhaupt eine genaue Entübersäuerung des Körpers ist, das ist der Bestandteil dieser Sendung, wo ich ganz herzlich einen Experten begrüßen möchte. Herzlich willkommen, lieber Ronald Iverson. Du bist Experte im Bereich Nahrungsergänzungsmittel. Richtig, ja. Du hast mit mir auch mal eine Sendung gemacht über Astaxantin, was unglaublich wertvoll ist. Wir haben allerdings nur angeschnitten, da gibt es noch sehr viel mehr dazu. Du hast ja ein Buch darüber auch auf Deutsch übersetzt oder abgeschrieben? Ja, ja, genau. Übersetzt oder geschrieben? Übersetzt und auch Sachen noch zugefügt, aber hauptsächlich übersetzt. Okay. Heute gehen wir aber ins Prozess rein der Übersäuerung des Körpers. Ich höre, schulmedizinisch gibt es eine Übersäuerung gar nicht, sondern erstens einen Elektrolytemangel. Was ja eigentlich das Gleiche ist, aber Wortklauberei, einen Elektrolytemangel. Was ist aus deiner Sicht her eine Übersäuerung des Körpers? Also wir wollten ja über Zellentsäuerung sprechen. Und wenn ich morgens vorm Spiegel stehe und ich sehe mich mit verkeulenden Augen oder nicht verkeulenden Augen, wie auch immer, ich sehe mein Gesicht, ich sehe diese Fassade, also diese Gesichtsform und den Körper, dann weiß ich aber gleichzeitig, dass da drunter unter der Haut sind 60 Billionen Zellen, also eine ganze Menge Zellen, die uns sozusagen am Leben halten. Und jede einzelne Zelle davon ist an sich selbst lebensfähig. Die haben sich wahrscheinlich alle nur zusammengetan, weil sie mit mir um die Welt kommen. Alleine würden sie es nicht schaffen. Aber das heißt, diese Zellen müssen wirklich funktionieren und zwar jede einzelne von denen. Also jetzt hat jede Zelle ganz viele Mitochondrien und diese Mitochondrien produzieren diese Energie. Ja, wobei, du musst dir vorstellen, in der Zeit, als es noch keinen Sauerstoff gab auf der Erde, da waren die Zellen teilweise ohne Zellkern noch, da waren auch keine Mitochondrien drin. Das bedeutet, sie haben über Vergehrung sozusagen ihren Stoffwechsel gemacht. Nicht über Sauerstoff, sondern über Vergehrung. Dann mit Zellkern sind sie dann gewachsen, immer größer geworden. Und dann gab es langsam Sauerstoff, der übrigens auch von Spirulina hergestellt wurde. Ist ja eine uralte Pflanze, eine uralte Alge, die auch Sauerstoff produziert hat seinerzeit. Und so war dann höheres Lebewesen langsam möglich, also höhere Entwicklung von Zellen. Aber die waren immer noch bei Vergehrung sozusagen. Vergehrung kennen wir heute noch, aber speziell dann, wenn es in den Krebszyklus reingeht, oder dort haben wir diese Vergehrungsstoffe. Genau. Du siehst also, diese alten Programme sind auch in den heutigen Zellen alle noch vorhanden. Aber dann sind später Bakterien zugewandert in diese Zellen und das sind dann heute die Mitochondrien geworden, die dann sozusagen eine Absprache mit der Zelle gemacht haben, du brauchst nicht mehr vergehren, wir können sehr viel bessere Energie erzeugen über Sauerstoff. Und dann ging es mit den Mitochondrien los, die haben dann Energie gefördert für die Zelle. Aber was du sagst, dass Gehrungsprozesse gerade im Zellgeschehen mit Krebs dann wieder auftritt, ist eine sehr spannende Sache. Du musst dir vorstellen, dass unsere Zellen ja nicht neu sind, sondern sind von meinen Eltern, von deren Eltern, von deren Eltern, von deren Eltern. Das heißt, es ist eine Zelllinie, die uralt ist. Und irgendwo treffen sich diese Zelllinien. Und irgendwo geht es auch dann, was weiß ich, zu einem Zellbereich, die die ersten Zellen waren. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. So weit kann ich nicht zurückschauen. Aber das ist zumindest in meiner Fantasie so. Und das bedeutet, dass die Zellen in all diesen Millionen von Jahren Überlebensstrategien entwickelt haben. Das ist dieses Zellwissen, das da ist. Und ich wollte jetzt nicht über Krebs reden, aber bei Krebs ist es dann so, also wenn eine Zelle umswitcht zur Vergärung, dann wird es zu einer Krebszelle. Und dann greift sozusagen dieses uralte Wissen von früher, wie man aus Vergärung Energie gewinnt. Also es ist eine sehr, sehr spannende Geschichte. Aber zu der Zellentsäuerung, für mich ist es so, oder wir wissen, dass die normale Zellspannung liegt bei 40 bis 60 Millivolt Minus in einer Zelle und dann kann sie richtig gut Stoff wechseln. Es ist wie eine Batterie. Also die Batterie in der Zelle ist geladen und dann kann sie Stoffe aufnehmen durch die Zellmembran und kann damit arbeiten, kann Stoffwechsel machen, Energie erzeugen und so weiter. Aber wir sind in der heutigen Zeit sehr viel Chemie ausgesetzt, sehr viel Giften ausgesetzt und auch sehr viel höherem psychischen Stress. Das bedeutet, also Ängste zum Beispiel ist ein wirklich verrücktes Thema, weil Ängste sind letztendlich Bilder, die sich im Kopf speichern, Angstbilder, die begleiten uns andauernd. Das heißt also, diese psychische Belastung ist auch zum großen Teil dafür verantwortlich, dass, so meine ich es zumindest, meine Idee dazu, okay, dass Zellfunktionen nicht mehr richtig funktionieren. Weil es geht immer um elektromagnetische Vorgänge. Jede Zelle, jeder Körperbereich, jeder Kreislauf im Körper, der bestimmte, also Regelkreis im Körper, läuft immer über elektromagnetische Vorgänge. Und auch psychische Zustände sind letztendlich elektromagnetische Impulse, die durch den ganzen Körper fließen. Ich habe das mal gesehen auf einer Fortbildung, die ich mal gemacht habe. Dort wurde einer von unserer Gruppe nach vorne gerufen und er hatte dann so eine Elektrode angefasst und hinter ihm konnte er nicht sehen, war so ein kleines Messgerät, das über einen Bildwerfer an die Wand geworfen wurde, sodass man sehen konnte, welchen Zeigerausschlag er hatte. Dann haben die das justiert auf 0, also auf seine neutrale Spannung sozusagen. Und dann hat man ihm die Frage gestellt, stell dir mal bitte einen Elefanten vor. Und dann ging der Zeiger hoch auf, was wäre ich, 30? Okay, stell dir mal den Rüssel von einem Elefanten vor. Und dann ging der hoch auf 50, 70. Das heißt, er konnte sich das noch besser vorstellen. Das bedeutet also, dass ein geistiges Bild, das ich mir vorstelle, Energie durch den ganzen Körper schickt, so dass es über Millivolt-Spannung sogar an den Händen messbar ist. Das bedeutet, unsere ganze psychische Situation im Leben hat immer auch eine Wirkung auf unseren physischen Körper, auf die Zellfunktion. Und wenn wir, soll ich weiterreden? Ja, ich kann das alles nur sagen, die meisten Gäste, die ich hier habe, bestätigen das genau bei. Also sei es aus der Neurowissenschaft, sei es aus der Quantenphysik. Alle sagen, dass unser Unbewusstsein, diese Gedankenstrukturen hier effektiv Materie erschaffen. Ganz genau. Und Einfluss haben auf unsere Gesundheit. Ganz genau so ist es, ja. Genau. Und wenn wir jetzt diese Zellspannung nehmen sozusagen, das heißt, oder die Batterie der Zelle auf Null stellen, oder sagen wir auf Null, dass einfach keine Energie mehr da ist, dann können wir nicht mehr Stoff wechseln. Dann heißt es, dass wir die Stoffe nicht mehr reinkriegen in die Zelle und die Zelle stirbt nicht, aber sie schläft ein. Und jetzt stellen wir uns mal vor, dass wir von mir aus 20 Prozent von Leberzellen übersäuert, beziehungsweise nicht übersäuert, sondern mit der falschen Ladung haben oder mit gar keiner Ladung. Dann heißt es, dass die Kapazität der Leber nicht so groß ist, wie sie sein sollte. Das bedeutet zum Beispiel, dass Giftstoffe nicht entsorgt werden können, dass einfach hier Störungen auftreten. Ich stelle das im Herzmuskel vor. Ja, nur als Beispiel. Und ich weiß nicht, ich lehne mich da vielleicht ein bisschen zu weit aus dem Fenster. Der Herzmuskel wird ja gesteuert über ein eigenes Nervensystem. Also der Herzschlag wird ja nicht gesteuert vom Gehirn, sondern über ein eigenes Nervensystem im Herzen. Sinusknoten, AV-Knoten und so weiter. Und in der Nervenübertragung ist es so, dass nur sogenannte Plusladungen geleitet werden. Also Plusimpulse, ein Strom, ein Plusimpuls. Bis zur nächsten Synapse, dann gibt es eine chemische Übertragung und dann geht es weiter. Und wenn wir jetzt zum Beispiel zu viel Wasserstoff in einem Nervensystem haben, vielleicht soll ich das ein bisschen anders erklären. Ist das Stoff Plus oder Minus? Nein, Plus. Ein Plus, also das ist eigentlich eine Begünstung der Säure. Genau. Vielleicht fange ich nochmal weiter vorne an. Wenn wir den pH-Wert mal aussprechen, dann heißt es Potentia Hydrogenii. Das bedeutet, man misst, wenn man den pH-Wert misst, man misst das Vorhandensein von Wasserstoff, H Plus. Ja. Und das bedeutet, wenn ich jetzt über gestörte Stoffwechselvorgänge in den Zellen zu viel Wasserstoff entwickle, dann geht sozusagen die Ladung runter auf Null oder was weiß ich. Von den 60 Millivolt Minus geht es dann runter und der Stoffwechsel ist gestört durch zu viel Wasserstoff. Und wenn ich jetzt zum Beispiel auch übersäute Zellen habe im Herzbereich, ist nur eine Idee von mir, dann kann dieses H Plus auch einen Dauerimpuls geben im Nervensystem, sodass wir Tachycardie zum Beispiel kriegen. Das ist nur ein Beispiel, eine Idee von mir. Oder Schmerzen, wenn ich zu viel Wasserstoffansammlung in meinen Gelenken habe, dann kann es auch da zu Schmerzen führen, weil es diesen Dauerimpuls hat. Als basische Lebewesen mit der leichten Minusladung sind wir schmerzfrei, weil diese Minusladung, dieser Minusimpuls nicht geleitet wird durchs Nervensystem. Das heißt, wir sind schmerzfrei. Das deckt sich eigentlich mit dem, was ich so gelernt habe, weil jeder Schmerz kommt aus der Säure. Genau. Das heißt in diesem Ladungsmangel, in diesem Defizit. Genau. Nur, ich gehe gerne von dem Gedanken Säure weg, weil jeder vermeidet Säuren, aber Säuren sind im Grunde was ganz besonders Gutes auch, weil es mich wach macht. Ich trinke zum Beispiel, wenn ich Bergwanderung mache, dann habe ich Obstessig gemischt mit Wasser und mit Honig. Und das ist eine saure Angelegenheit, aber es macht mich fit. Stell dir mal vor, man hat eine Markensäure, hätte keine Säure. Ganz genau. Also ohne Säure geht es nicht. Und deshalb muss man da auch wegkommen, dass man sagt, okay, ich muss Säuren meiden. Nein, es ist wirklich wichtig, Säuren zu haben. Nur man sollte den Gedanken mal dahin führen, dass man sagt, okay, Übersäuerung hängt mit Ladung der Zellen zusammen. Ja, also kehren wir es um. Also statt über Säure zu reden, müssten wir eigentlich schauen, wie kriegen wir mehr OH-, also Basen in die Zelle, um diesen Überschuss an stressbedingten, oxidativen Stress und so weiter bedingten Übersäuerungsprozess wieder auszugleichen. Ganz genau. Und demzufolge geht diese, in der Zelle, dieses Minus Volt Potenzial innerhalb der Zelle wieder nach oben. Ganz genau. Okay. Jetzt ist nur die Frage, wie machen wir das? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich esse Gemüse, basisches Gemüse, damit ich meinen Körper wieder in die richtige Ladung kriege, dann ist das ein sehr, sehr langer Zeitraum, den ich dafür brauche. Oder zum Beispiel, ich wiege 85 Kilo, ist ein bisschen gemogelt, aber ich habe dann 70 Prozent Wasser, also etwas um die 50 Liter herum. Und ich stelle mir das wie ein Aquarium vor. Unten sind die paar Knochen drin, diese restlichen Prozent. Also ich habe Wasser in meinem Körper und ich gehe mal davon aus, dass das jetzt einen pH-Wert hat von sechs. Und ich möchte jetzt diesen pH-Wert neutralisieren auf sieben. Das heißt also, das Körperwasser ist übersäuert. Ich möchte jetzt sieben daraus machen. Und ich trinke jeden Tag zwei Liter Wasser und scheide zwei Liter Wasser aus. Und ich habe 50 Liter da drin. Dann ist die Frage, wie schnell geht das? Weil die Übersäuerung oder der pH-Wert verändert sich über einen sogenannten Zehner-Logarithmus. Das bedeutet, wenn ich ein Liter Wasser oder ein Liter Säure mit einem pH-Wert von eins auf zwei bringen möchte, dann brauche ich dazu zehn Liter neutrales Wasser. Den zwei auf drei brauche ich 100 Liter. Von drei auf vier brauche ich entsprechend mehr, 1000 Liter. Das heißt also, es ist ein riesengroßer Aufwand, um Basen zu erzeugen über die normalen Lebensmittel oder über das normale Wasser. Wenn ich jetzt diese 50 Liter meiner eigenen Körperflüssigkeit von sechs auf sieben bringen müsste, müsste ich theoretisch 500 Liter Wasser trinken auf einmal. Das geht aber nicht. Ein neutrales Wasser. Ein neutrales Wasser, ja. Das heißt also, so kann man nicht verfahren. Und deshalb haben wir vor einigen Jahren über eine Elektrolyse Basenwasser entwickelt, mit einem höheren pH-Wert. Und interessanterweise, also wenn wir auf Messen zum Beispiel dieses Basenwasser angeboten haben und die Leute haben einen Schluck davon genommen, dann haben sie manchmal gesagt, oh, ich kriege heiße Füße nach zwei Sekunden. Das heißt also, hier ist es wirklich so, als würde diese Elektrizität des Wassers die Zellen durchscannen. Als würde es wirklich sofort eine Wirkung machen. Und ich persönlich habe das Wasser kennengelernt seinerzeit, als ich mal Knieprobleme hatte mit dem linken Knie. Ich konnte nicht mehr auftreten nach einem Fieber, das ich hatte über drei Tage. Und mir hat nichts geholfen, bis ich dann dieses Basenwasser kennengelernt habe. Ich habe dann einen Schluck davon genommen, hat furchtbar geschmeckt. War also nicht das Schmackhafteste. Und am Abend waren diese Schmerzen weg. Dann habe ich über zehn Tage dieses Wasser getrunken, die Schmerzen waren weg. Dann habe ich aufgehört und dann kamen die Schmerzen nach drei Tagen wieder. Dann habe ich wieder angefangen und wieder waren diese Schmerzen sehr schnell weg. Das heißt also, dieses Basenwasser hat sozusagen freie OH-Ionen drin. Klar, die Zelle wurde aufgeladen, Schmerz getrunken. Genau, die Zelle wurde aufgeladen, dieser Dauerimpuls war weg, was ich vorher erklärt habe. Wo ist die Ursache gewesen? Also ich meine, wir behandeln dann damit eigentlich die Wirkung, aber nicht die Ursache. Also die Ursache war bei mir damals Fieber. Ich habe einen Fieberanfall gehabt vorher. Und wir wissen, dass die sogenannte Übersäuerung oder falsche Ladung in den Zellen durch traumatische Ereignisse, durch Psyche oder durch wirklich Fiebererkrankungen auch passieren kann. Es gibt ja ganz viele Wassergeräte heute auf dem Markt, die sogenannte Ionisierungswasser machen, die basisch sind. Effekt ist da, unbestritten, diese OH- reagieren. Auf der anderen Seite ist das Wasser sicherlich noch nicht sauber und wahrscheinlich auch nicht die Lösung des Problems. Also meine Hamburger Essen und Ionisierungswasser zu trinken, passt nicht, oder? Ja gut, es geht schon um Reinigung. Also es geht sowieso insgesamt um Entgiftung des Körpers, um Schwermetalle rauszukriegen, um Pestizide rauszukriegen. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Aber ihr habt ja dieses Wasser, das du da redest, das ist ein reines Wasser. Das ist ein reines Wasser, also vorgereinigt auch. Ja. Und das wird dann ionisiert. Das wird ionisiert, da wird also Salz noch aus einer Salztonne gezogen, damit der Strom besser durchfließen kann. Und dann trennt sich dieses Wasser in zwei Wasser, nämlich in ein saures, in ein basisches Wasser. Ja. Das Saure dünnt ihr weg, also Reinigungsmittel, Putzmittel wahrscheinlich. Und das andere wird so angeboten. Und wenn man dieses trinkt, dann geht die Zellelektrik im Körper wieder nach oben. Das scheint so zu sein. Ja. Also es war meine eigene Erfahrung. Und wir haben mittlerweile, wir haben übrigens mit jedem Verschicken von diesem Basenwasser, haben wir auch immer so einen Fragebogen beigefügt. Wir haben sehr viele zurückbekommen. Und es war nur einer dabei von diesen Hunderten, die, oder Tausende, die eine Verschlechterung hatten. Keine Ahnung, was es war. Ansonsten. Erstverschlimmung. Erstverschlimmung vielleicht, ja. Und ansonsten haben die, die es länger als 14 Tage getrunken haben, eine Verbesserung, die meisten eine Verbesserung, eine haben geschrieben, gleich geblieben. Aber es scheint irgendwas zu bewirken. Nur hat mir das alleine nicht genügt. Weil wenn ich jetzt die Zelle, oder nochmal was anderes, wenn wir jetzt eine falsche Zellladung haben und ich nehme Mineralstoffe, man sagt ja immer Übersäuerung, nehmen Mineralien. Und ich komme jetzt mit Calcium, Magnesium an die Zelle ran und ich habe jetzt in der Zelle keine richtige Ladung oder eher eine Plus-Ladung statt der Minus-Ladung. Und die Mineralstoffe kommen an und haben auch eine Plus-Ladung, die sind plus-geladen. Dann nimmt die Zelle es nicht auf. Wir brauchen Minus und Plus, damit es sich gegenseitig anzieht, damit es in die Zelle kommt. Das ist sehr vereinfacht ausgedrückt. Normalerweise ist es in der Zellmembran noch sehr viel komplizierter oder sehr viel wundervoller eigentlich. Also wirklich, wenn man sich das mal anschaut mit den ganzen Ionkanälen, es ist etwas wirklich Faszinierendes, aber das würde den Rahmen sprengen hier. Also vereinfacht dargestellt, wenn ich eine falsche Ladung habe in der Zelle, dann kann ich Mineralstoffe gar nicht mehr aufnehmen. Und dieses Basenwasser scheint wirklich diese Ladung der Zellen wieder auf Minus zu bringen. Das heißt also in die richtige Zellspannung, sodass dann erst die Mineralstoffe überhaupt da ankommen, wo sie hin müssen. Ich glaube, dass da die ganzen Inspektoren, heutzutage auch in der Schweiz, sind ja sehr kritisch zu den Basen. Basen dürfen ja gar keine Wirkung haben. Ich verstehe es heute noch nicht. Ich bin jetzt nicht dieser Chemieexperte und kann das auch nicht begründen. Aber ich nehme an, man muss das sehr dosiert einnehmen oder rechtlich gesehen oder allenfalls nur äußerliche Anwendungen. Ich kenne Basenpräparate, der Schweizer darf es nur außen aufnehmen, der Deutsche darf es einnehmen. Wie sieht es hier aus beim Basenwasser? Also es ist so, dass in Europa zumindest, also bei uns in Deutschland, Frankreich und überall, werden Dinge, die eine gute Ergänzung sind, sage ich mal. Ich will nicht von Wirkung sprechen. Und nicht viel Kosten. Und nicht viel Kosten werden sehr oft vom Markt genommen neuerdings. Oder auch erst gar nicht zugelassen. Diese Novel Food Vereinbarung, dieses Novel Food Gesetz zum Regulieren von Stoffen, von Nahrungsergänzungen und so weiter, ist vielleicht ganz gut, aber es verhindert Innovation letztendlich. Also jetzt neue Stoffe zuzulassen, kostet ein Schweinegeld, kostet sehr viel Geld. Und das kann sich heute fast keiner mehr erlauben. In Deutschland ist es so, dass es jetzt gerade ein Gerichtsurteil gab in Bezug auf Basenwasser mit einer Saarbrücker Firma, in Saarbrücken wurde das Urteil gefällt, dass dieses Basenwasser unter Novel Food fällt. Das bedeutet? Das bedeutet, dass in Deutschland Basenwasser zum Einnehmen in Zukunft nicht mehr zugelassen ist. Nein. Von welchem pH-Wert reden wir da, wo diese Kategorie fällt? Also es ist bis 9,5. Ist okay. Es ist okay, ja. Und dieses, es ist interessant übrigens, wenn man dieses Wasser trinkt, das Basenwasser, dann mischt man so einen Becher 20, 25 Milliliter mit einem Liter Wasser. Dann sind wir bei 9,5. Aber auch das ist nicht mehr zugelassen. Ja, weil letztendlich bei der Novel Food Geschichte ist es so, dass die am Schluss immer sagen können, also wenn ich alles argumentiert habe, können Sie am Schluss immer noch sagen, bitte beweisen Sie uns, dass das vor 1997 schon im ausreichenden Maße in Europa verkauft wurde. Tja, das ist eine Sache. Bis vor 1997. Das ist der Stichtag, ja. Ich glaube 28. Februar 1997. Davor muss es im ausreichenden Maße verkauft sein, damit es nicht unter Novel Food fällt. Ja, das ist die Regulierung. Mag ganz gut sein, nur das ist ein bisschen willkürlich, finde ich. Das heißt, man kann dann immer sagen, ja, das war nicht genug verkauft. Also es ist ein bisschen fraglich, geschieht für mich zumindest. Also da kann sich eigentlich jeder Zuschauerin oder Zuschauer eigentlich im Internet schlau machen, was für ihn eigentlich eine gute Dosis wäre zum Einnehmen. Ob es jetzt über das Trinken oder auch, wie reagiert man, wenn man das Knie zum Beispiel... Ja, oder wenn ich es als Fußbad nehme... Müsste doch reingehen, oder? Müsste auch reingehen, ja. Wie gesagt, ich werde nicht darauf verzichten. Ich trinke nach wie vor mein Basenwasser. Ich trinke es sogar, ich darf es gar nicht sagen, pur, aber gemischt mit Wasser. Es ist übrigens interessant, wenn man das in Wasser einmischt, man hat das Gefühl, das Wasser wird flüssiger. Also es verändert was in diesem Wasser und es schmeckt auch irgendwie besser. Aber das alleine hatte mir nicht genügt, weil in dem Moment, wo ich die Zellen öffne, muss ich ihnen auch wirklich gute Nahrung zuführen. Und deshalb hatten wir so ein Konzept entwickelt mit Basenwasser zum Zellöffnen, mit Spirulina, um die Zelle zu ernähren und mit Astexanthin, um die Zelle zu schützen. Also das war ein geniales Konzept und das ist auch sehr gut angenommen worden. Arbeiten schon Ärzte und Therapeuten mit diesem Konzept? Doch, einige, ja. Die müssen wir unbedingt hierher bringen. Über dieses Konzept muss man reden, weil es ist ja eigentlich Natur pur. Es ist Natur pur. Es kostet nicht viel, aber man hat einen wirksamen Schutz und eine gute Gesundheit, um hier erfolgreich auf dieser Erde noch gesund bleiben zu dürfen. Die Zeit ist leider schon wieder vorbei, aber es war eine hochstehende Sendung. Ich musste heute ganz fest aufpassen. Warum? Um es noch zu verstehen, weil wir so in die Chemie eingetaucht sind. Es ist sehr viel Logik dahinter. Ich hoffe auch für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dass Sie auch ganz viel mitbekommen haben, weil das war schon ein sehr wertvoller Schlüssel, der in unser Gesundheitsschlüsselloch reinpasst, perfekt reinpasst. Ich habe mich früher auch mal so Basenwasser mal beschäftigt. Das war noch damals aus Grönland. Ah, okay. Dieses pH-Wert 9,38, ganz drunter unter 9,5. Und wir hatten auch das da damals im Gesundheitszentrum, in der Praxis, den Patienten gegeben und unglaubliche Effekte gehabt, speziell um aus kranken Menschen den Genesungseffekt zu beschleunigen. Das war extrem erfolgreich. Schön, ja. Also herzlichen Dank. Die Sendezeit ist schon wieder vorbei. Es ging schnell. Aber ich glaube, wir haben sicher viele Zuschauer, die noch viele Fragen haben. Deshalb meine Frage an dich. Wo könnten die Menschen, die Zuschauer sich jetzt noch weiter schlau machen? Bei esovita.de, also esovita.de nachzuschauen. Dort gibt es auch einen Blog, eine Blogabteilung. Und da gibt es über alle Themen, Spirulina, Assexantin usw., gibt es dort sehr gute News. Alles zu seiner Zeit. Heute wollten wir Ihnen dieses Mal erklären, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wie eine Zelle mit mangelnder Energie wieder aufgeladen werden kann. Heute haben wir ein Konzept gehört. Ich hoffe, dass Sie das verstehen, um was es da geht, um was das für ein Potenzial hat für uns oder für unsere Liebsten in unserem Umkreis, um hier wieder einen positiven Effekt für unsere Gesundheit zu erzielen. Lieber Ronald, ganz herzlichen Dank für diese Zeit von dir und für diese Aufklärung. Wir sehen uns wieder. Okay, hoffe ich. Und wir sehen uns auch wieder. Alles Gute. Bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen. 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 Vielen Dank.